Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu den Re-Log-Nummer. Genau, Nummer 2. Ja, wie gesagt, ich wollte euch auch noch mal informieren. Ich habe mir gerade die Bestätigung, die ich auch hier verhaftet habe, ich habe gerade so gesehen, die ich gerade habe, ich habe einen Traum-Log-Ton, aber diesen Re-Log-Nummer wir wissen wirklich nicht, wie wir das Ganze machen sollen. Sie war 14, die Trainer-Serie, also wie gesagt, die Infos mache ich jetzt noch nicht, also ich mache auf jeden Fall noch richtig viel Urlaub, bevor es losgeht, also ich will hier 100 Punkten, und das ist die Heimabendung, das dauert richtig an. Eigentlich hätten gestern Abend, also schon am Freitag, die ersten Videos erscheinen sollen, aber so war es eben irgendwie nicht, und wir haben die Länge überstritten, also wenn jemand wirklich weiß und auf YouTube angemeldet ist, bitte, bitte, bitte schreibt mir in die Kommentare, wie viel ich, was eigentlich die längste Länge ist, um ein Video hier hochzuladen. Und ich werde gleich noch ein paar Videos machen, also Vlogs meine ich, weil ich wollte euch auch informieren, wie das alles abläuft, mit diesen drei Sachen, die ich mich entschieden habe, mit Freunden und so, und ja, dachte ich mir, ansonsten, ich wollte mich einfach nur dafür entschuldigen, und deswegen war dieser Vlog da, weil ich eben wusste, hier war es bestimmt schon sehr wichtig, danach war wahrscheinlich das erste Video, wahrscheinlich erst in einer Woche, oder ich weiß es nicht, schon regelmäßig auf meinem Kanal, oder auf Zocker.de, und ansonsten, ja, entschuldige ich mich nochmal und hoffe, dass es noch halb so schlimm ist, ansonsten, ja, ich versuche natürlich so schnell wie möglich loszulegen, aber, ähm, ja, ich mache, wie gesagt, die Trainer-Serie mit meinem Freund, und das dauert eben noch, bis wir endlich wieder beide Zeit haben, und hier wieder alles veranderen können, und, ja, also, ich wollte mich nur entschuldigen, mit, ähm, also, ich dachte mir, ich mache hier einen lustigen Start, ich fange einfach an mit der Trainer-Serie Bayern gegen, äh, Dortmund, aber, ja, da kam dann eben das dazwischen, dass die Länge überstritten wurde, und, ja, also, ich will mir ja entschuldigen, dass die Videos jetzt noch nicht erscheinen, aber ich, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, hier alles so schnell wie möglich zu machen, ansonsten, ja, ähm, ist dieser Vlog schon zu Ende, ähm, und, ja, ich sage dann einfach Tschüss, und ich hoffe, dass, dass, das wird so, mit dem, mit den Videos schon bald. Ciao, und vielen Dank fürs Zuschauen.